Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram und heute spiele ich Fizz auf der Midlane. Ja und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich wirklich AD baue, weil AD ist auch saugeil auf dem. Hast du Perunen bei, hast du AD attack speed by? Ne, ich habe normal AP bei, weil du musst sowieso gucken, dass deine Q damit stackst. Ja, aber wenn du AD attack damit schaffst, dann AD attack speed. Ist nicht wirklich schlimm, habe ich schon oft gemacht, es geht auch so. Ja, 16% zu meinen Teileitungen. Jetzt haben wir gerade jemand hergelaufen. Alessandra jungle bei dir? Yo, yo, ich wusste es. Ich gehe mal nachschauen, ob der Flash macht. Oh, hier ist LeBlanc. Na, kommst du aber nicht dran, wach? Kein Flash. Erstmal einen Bauch geboxt. Äh, geh weg, wir sind nicht mehr da. Oh, oh. Ram, was machst du denn? Ach, alles easy. Alles easy, hau ab. So, und jetzt? Was ein Start, ey. Ja. Ich gehe erstmal schön auf die Presse gegeben. Da steht immer noch die Tussi. Die Tussi? Morgana. Das hässliche Stück. Ich weiß ja alles, was kann man Morgana bezeichnen, ist ja jungler dumm. Ich hätte ihm gerade fast das Ding des Regen geklaut. Ja, ich weiß. Über 200 hätte er in meinem Fall zu smiten. Boah, Morgana. Das Binding ist ja richtige Bronzer. Mhm. Ich finde den Skin aber cool. Mhm. Pass auf, gleich bin ich bestimmt tot wegen irgendeiner Binding. Das ist ein Trait. Das glaubst du, warum ich Canon drehe. Okay, je. Wir haben auch noch einen Auto-Attack und noch... Oh mein Gott, das ist richtig gesehen. Nein. Solange du dich wieder gegen irgendwelche Mauern flasht. Ja, es ist irgendwie geil, ne? Das ist immer hier oben an dieser Stelle. Da irgendwo. Mhm. Das hat Ram auch schon mitbekommen. Ja, die Mauer mag dich nicht. Wenn du da ernsthaft nicht nur flashen könntest. Wie du halt einfach nicht rauskommst. Hä, ich? Nee, ich. Oh, die Q nervt auch haut mich hier. Puh, leicht hab ich's hier nicht, muss ich ehrlich sagen. Wow, kann der gut ganken, ne? Oh, das... Der Liar, Kenneth. Ja, der Jungler ist aber, glaub ich, keiner von uns. Haben die Dinger nerfed oder warum macht der Null Damage mehr? John, oh boy. Ist ja richtig abartig mit Canon. Können doch nicht einfach meinen Main nerven. Wie geschmiert. Ja, du scheiß Angeber. Wir beteiligen mich für sieben. Level sieben, Annie. Haha. Und zwar nur auf Support hoch. Damit würde ich aber nicht angeben. Hey, Support Annie angeben. Haha. Ja, Annie ist sowieso OP, deswegen sei es ja. Mitten in Annie ist ja lahm. Ja. Als ob wir die Morgana nicht sehen. Ist egal, ist egal, ist egal. Lieber leben. Das ist safe bei der MF-Lane. Mach doch überhaupt nix. Oh, Talia hat Speed. Irgendwohin. Nimmst du mir nicht. Damit hierher. Nice. Offline, ja. Offline war das zu viel, aber hat sie gecancelt. Okay. Ist das gut für mich, weil ich hab ja kein Spiel bei. Was der jetzt schon rumflamed. Achtung, pass auf. Er sollte lieber mal ganken kommen hier. Ja, kam er gerade, aber ohne Info. Er stand auf einmal da. Und dann fragte er nach Hilfe. Na, oah, nur der Zeugwünziger Krippe, dem wie das ist. Ob die gerade aus meiner Range war? Ich kenne, ob die Range war. Die Morgana eigentlich. Ah, alles klar. Best Binding. Boah. Wie knapp. Der hätte ja einmal killen müssen und ich ja tot. Lass mal lieber weggehen. Alleine kannst ja nix machen. Hier, das ist Handraummitte. Das verliere ich natürlich ordentlich mal. Aber, na ja. Kannst du machen nichts, musst du gucken zu. So, auf left. Ah, da ist er. Ist das schon das Tower First bleibt für die? Nee, aber es ist knapp. Boah, keinen im Late-Game. Aber ich war schon zweimal back und die Leblanc hat genauso wenig Form wie ich. Also das spricht nicht gerade für sie. Das ist traurig. Das ist traurig. Das ist einfach das Match-Up. Das ist nicht so einfach im Moment. Ja gut, mit keiner muss ich erstmal ins Game kommen, ne? Stufe 6. Und dann gehts eigentlich gleich. Na ja, ich halte auch. Jetzt war er Gang. Oh, er hat mal einen Bronze-Gang abgegeben. Na immerhin. Kann doch nicht wahr sein hier. Doch. Schade, aber rauskomme ich nicht mehr. Ich krieg noch einen Tower-Shot. Aber ich hab sie. Gegen zwei. Am Tower. Wenigstens laufen die Trades ganz gut vor uns. Ah, na stand. Bist du stolz auf mich, Profi? Yes. Ja, das wollte ich hören. Ich hab gestern mit einem Kollegen gespielt. Ich hab das erste Mal Loi gespielt. Oh. Und er hat es auf Deutsch gehabt. Und dann hab ich das für ihn auf Deutsch gestellt, damit ich ihm die Namen sagen kann von den Items und so. Das heck ist, es hört sich die Chars nicht scheiße an. Ich weiß, das haben mir schon so viele geschrieben, aber ich spiel auch auf Deutsch. Ja, ich auch. Ja, wenn ich Deutscher oder wenn ich Deutscher bin. Ja, ich hab's eigentlich nur wieder umgestellt wegen einem Patch-Notes immer. Weil ich das so verwirrend finde auf Englisch. Man kann's ja auch irgendwie machen, dass du die Schrift auf Deutsch hast und das andere auf Englisch. Aber das einzustellen, ja, ja, das ist richtig krass. Und ich find hier, wo wir ihn grade haben, die Stimme von Xin Zhao so geil. Weil es ist ja die Stimme von Kenta King of Queens. Ja. Also Kevin James. Das ist die Stimme, ne? Ich komme Botlane. Bin gleich da. Wir haben nix ab hier, ne? Egal, rein da. Nein! Alter! Holst du euch bloß! Ja. Das krieg ich. Yeah! Das war ein Gank, wa? Scheiße, wozu braucht man einen Jungler, wenn man einen Ramniti hat? So, Leblanc kommt aber. So, einmal bitte weg. Siehste, das ist der Main-Jungler. Da sieht man's wieder. Der weiß, wann man wohin gehen muss. Jungler-Main. Der weiß, wann man wohin gehen muss. Oh, ja. Naja, ich glaube, dass der Gank eher funktioniert hat. Ne, weil die so reingedrückt haben. Aber das muss der Jungler nochmal sehen, ne? Normalerweise sollte er das sehen. Wetter nicht. Wetten, der hat sich nicht mal's angeguckt. Deswegen schimpf ich ja so oft bei meinen Ranked Games, wenn ich sowas spiele wie Master He und die Gegner pushen alle. Ey, mein Team pusht. Wie verrückt. Da kannst du einfach nicht ganken. Das ist unmöglich. Wie denn, wenn die unterm Tower quasi stehen? Ja, eben. Ja. Immer schön rein pushen lassen. Boah, lol. Zu spät getimed. Alter, mach dir einen Schaden. Ja, das ist Leblanc, ne? Assassin. Puh. Lass mich in Ruhe, Mädel. Damit kommen wir vorbei. Ja. Ich dachte schon, die macht grad den Überfehler. Ah, du hast was gefunden, ne? Ja, ja, ja. Aber die Sandra hat geötet. Vorsicht, Leblanc kommt glaub ich zu dir. Ja. Ich follow. Oh, wo ist er? Da ist er. Scheiße. Da. Oh, ah! Amber. Nice. Wenn ihr noch einen Meter weiter rankommt, dann holen wir uns die jetzt. Ja, das war's dann. Oh mein Gott, du hast mich so gesaved. Danke. Okay, mal. Dafür spiele ich doch Andy mit Schicken, halt. Ram, guck dir das mal bitte auf der Borderline an, ne? Ähm. Einer ist bloß von der F noch mal wieder dort. War da? Ja, zu spät. Jetzt bin ich offen. Achso. Ja, sorry, ging nicht. Wir waren gerade selber voll beschäftigt. Ja. Teddy hat keinen Flash. Nein. Ich hab sie zugerannt. Aber jetzt läuft's so ein bisschen, würde ich behaupten, ne? Ja, 1-6. Das ist schon gut. Also, wenn man mal dran denkt, dass Xen am Anfang so scheiße gespielt hat und es immer noch tut, wir brauchen ja keine Gangs. Ja, und der Rami waren 4 Kills beteiligt. Ja, einfach so. Das, obwohl er am Anfang voll nass gemacht wurde. Ja. Elisandra sieht mich so im Jungle, ultet und rennt weg. Mein Problem ist nur, dass ich keine Sys dafür bekommen habe, dass ich mich fast von der MF habe können lassen. Achso, weg, weg, weg. Talia fehlt. Bei euch? Ne, ne? Ne, bei mir ist es auch geworden. Toll. Diese Morgana-Shots. Ja. Das ist ein Träumchen, ey. Ey, für uns ist das ein Träumchen. Ja. Ich glaub, die hat 1 oder 2 bisher getroffen, ne? Ja. Und das, was getroffen hat, hat die mich fast getötet. Ty, koch, wo sie uns ist? Talia fehlt. Hm, gehen auch gesund. Kenn' auch, реально sind Erwischt! Geht er weggesinn! Thalia ist hier und Alessandra auch. Von runtergelaufen. Brauchst du nicht mehr. Fuck, 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 fuck. Jetzt haben wir den Heel des Todes. Ja, immer schon richtig time, ich wollte dich eigentlich erst frecken lassen. Nee. Das ist ein Kumpel, wa? Scheiße, da konnte ich gar nichts machen. Trifft nicht eine Q und jetzt trifft die zwei hintereinander. Kann nicht immer. Ja, am Anfang hat's ja gar nichts getroffen, das ist komisch, ne? Zu viel Geld. Ich komm noch mal runter. Warte auf mich. Ich komm einfach nicht raus. Wechsel hat's ja anscheinend nicht nötig. Ja. Ja. Ja, jetzt geht er rein, oder? Was ist der dumm? So, ne? Ja. Das ist so mal das eine Punkt drüber. Der hat schon einige jetzt fünf Stück. Weißt du, was Genies? Ich hab jetzt ein Portobello, jetzt kann ich den ADC run shut in. Ich auch. Ich glaub, Protobello haben sie jetzt auch wieder genervt, ne? Einen Gesamtschaden, irgendwie. Ja, aber ist mir auch egal. Ich mach trotzdem den Kill. Dann mach ich halt noch ne Quill. Vorsicht, Jean Leblanc könnte auch kommen. Ne, jetzt Mitte. Das ist wieder Mist. Jetzt musst du aufpassen. Ich komm zwei entgegen. Obwohl, die schaffte ich eh nicht. Sonst alleine kommt. Ähm, als gibt's mit Tauern auf der Handseite noch. Oh, haben Biss Fortune auch noch da. Ja, die konnten mal nicht sehen, wie die Speck er kann. Hab geflasht. Jo, bin auch gleich da. Oh, die können's easy machen. Speck erflasht. Das ist das Problem. We go. Oh, Morgana hier bei mir. Auf und weg. Ich hol sie. Komm, ist gut. Schade. Hatte keine Ulti. Jetzt wär sie ab. Ich will den Tibbers halt okay. Ja, du brauchst keinen Tibbers, wenn ich meinen Protobelt habe. Mein Tibbers ist ein eingebauter Protobelt. Wurz'n mitnehmen. Jetzt ist wieder Party-Off am Midlane. Okay. Dann push ich tot, meine wird gleich wieder zurückkommen. Ja. Ja, ich würd' sagen, wir können gleich nochmal alles killen, ne? 14 Sekunden auf dem Protobelt. Wurz'n mitnehmen. 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 Das machst du nicht, du tut das Ramm nicht, ne? Ne, ne! Ne, ne, ne! Da haben wir alle was gegen, ne? Aber ich glaube ich hatte die schon vor meiner Ulti gekillt, nur mit der E. Hm, ich weiß es gar nicht. Ne, ich bin noch reingeflasht und dann hast du es, glaube ich, bekommen. Wollte einfach noch den Kill secure, nicht dass er weg ist. Ich geh mal Top-Land hoch. Ja. Ich weiß nicht, soll ich nicht wieder weg, oder? Ja. Vor dem Mid-Tower. Aber den kann ich, glaube ich, nicht alleine. Ja, Xym kommt zu dir. Fuck. Wow. Boah, der Dive des Todes. Wow. Also, wir waren ja vorhin. Kannst dich doch freuen, dass auch schon mal Leute lösen. War nicht meine Abseh. Talia ist wieder Mist. Ich bin noch hoch, holen wir mal den Farm ab. Und die Miss-Fourchen. Boah, drückt den Damage nur. Ah, alles klar. Ah. Der Dive geht. Ich hole ihn jetzt. Ich verliere das wieder hier. So, good job. Hammer on plate. Wie blöd die auch ist, dass sie dir einfach so wieder herläuft, ne? Du, ich bin Canon. Ich hab nur Mobility des Todes. Ja, aber dass sie so dusselig ist und dann einfach wieder herläuft. Ich weiß. Wie gesagt, ich hab einfach die Mobility des Todes und die läuft hinterher. Ja, gegen den hierher brauch ich auf jeden Fall Boots. Anders komm ich da nicht dran. Ich komm auf den Weg. Dann können die LW locker töten. Doch, Ultrabassungen, wenn man das weiß. Ich komm auch noch. Wahrscheinlich müsste die schon vom Protobelt sterben. Immer ein Sprung voran. Das wird nix. Talia kommt. Ich komm auch. Komm mal von hinten rein. Wo ist der denn? Nö, ist auf jeden Fall bei euch da jetzt. Da ist er. Oder sie. Ich weiß es gar nicht. Oh, oh. Ich hab hier eben gesehen. Wo ist Toplane? Mhm. Mach das mal. Da bist du besser auch so. Oh, das ist... Ah, scheiße. Hat draus geflasht. Hat er aus meiner Ultras geflasht. Oh, hier ist noch der Sand dran. Ist der EMF gerade auch zerlegt oder was? Ja. Hahaha. Nicht daifen, Jan. Doch, daifen. Ja, die... Ja, ja. Jan meine ich. Ich hab's dir gesagt. Das können wir. Du brauchst unsere Hilfe. Nein, Mann. Ich versteh die ganzen Slows einfach nicht. Ich hab's in die Chefs Mercury booten. Guck für die Kamer Slows. Ja, ja. Aber es ist halt Lissandra. Schade, die kommen nicht in range, sonst hätte ich die machen können. Ja. Genau, jetzt machen wir erstmal einen Drake. Die EMF ist gerade so geflasht. Ja. Was geht bei dir ab? Bambus? Ja, das war jetzt ein bisschen Bambus. Leblanc bot. Komm, die können wir auch easy machen. Ich hab noch meine... Ah, hier ist Pick. Komm schon, lass geht! Nicht getroffen, wir getroffen. Wann kommt die Morgana? Ja. Lass mal weggehen. Oder willst du's wissen? Na, wir könnten sogar die LB holen. Ist ganz schön lebensmüde. Da ist er. Nein, die queue nicht getroffen. Ja, hallo. So, jetzt hat er sogar einen DC. Oh, ja, hatte ich. Boah, da läuft sich auch noch. Ja. Ah, Freunde. Gestern auch schon gleich Uhrzeit. Okay. Ja, das kann sein. So was gibt's. Oh, kommt eine damage. Kommt eine Annie-Triple-Kill. Kann passieren, ja. Guck ich mir sogar mal an da, das Ganze. So. Einer. Ah, keine Scheiße. Einer. Okay. Zweite Winningssaison. Das war meiner. Das ist... Nö. Xen, nö. Nö. Er ultert die Minions. Au, au. Nein. Und tut. Der Main. Tut. Tut. So, taue noch schnell an den. Au. Thunderlords des Todes. Mhm. Mhm. Wow, Sonya ist auch schon fertig. Mhm. Das hat unser Fizz alles schon. Boah. Oh, ist schon ein bisschen. Ja, hake das ja Items. So viel hab ich noch nicht anzubieten. Wir haben die MR. Oh, die haben alle. Alle. Ja, brauchen sie auch. Alter. Holy shit. Holy shit. Confess. Auf der Botline sind 3 kills. Yeah. Holen wir. Wait for me. Wie. Er ist gewordert. Bringt nix. Oh. Ja, hätte warten müssen. Das war cool. Nö, das war all was. Job. Jetzt steh ich halt 6-2. Mir ist doch egal. Das war ein Kill. Ein S wird wahrscheinlich nicht dafür richtig sterben dürfen. Aber... Wah, shit! Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ja, die wollte mir ein bisschen in den Rücken beißen. Aber die Sandra kann man sich ja mal gönnen zwischendurch, oder? Und Snack? Näh. Ja. Oder die Leblanc. Welchen wollt ihr? Ja, unterschätzt die nicht. Nein! Wir flashen doch noch gar nicht ab. Was war das? Vergiss es. Vergiss es. Einfach so mitten in die Menge holen. Oh, schade. Ich dachte auch, der wäre noch da. Ja. Tatsächlich baue ich einfach AP auf, keine mehr. Es ist einfach viel besser. Oh, hier ist ein F. Der AP-Carry kann ein wahres Bot. Okay, Morgana, kein Flash. Jetzt mit der MF sollen wir uns die holen. Ja. Doe ich die Dive? Ach, warum nicht? Na dann los, weint. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Die Mauer! Die Mauer hat sich beinahe gerade selbst umgebracht. Die hat eine Mauer gezogen. Und damit... Die haben drei ausgesperrt. Das ist mir im Aram passiert. Ich wollte schon mal hier hinten. Hier. Das ist so da rein gequetscht. Das ist so geil. Ja, aber Xen und Udia zusammen, die können natürlich pushen wie sonst was. Da kommt die MF nicht ganz mit. So. Da sucht die MF eigentlich allein die Mauer mit. Wir sind da einfach EU-Maus nutzt. Er hat ja EU-Maus. Ach, die 30 Gold, die warte ich nochmal. Da gucke ich euch so lange ein bisschen zu, was ihr da schönes betreibt. Wir haben ihn durchgepusht und den Blue will close. Dafür opfere ich mich doch gerne mal. Ach, ich suche mal eben die Wards hier ab. Ich hole mir einen Blue. Oh, bitte. Oh, Lee-San. Drei, wenn du wartest. In 16 Sekunden hab ich Old. We kill. Ach, wir wollen einen abhauen. Kommt mir nicht weg. Lassen sie mir nichts übrig. Das ist schade, oder? Ja, Motorbike ist halt geil, aber du machst... Geht mal, wer topst deinen Leffen. Ist LeBlanc hier? Oh, was? Nicht ruhig. Ja, aber natürlich. Okay, LeBlanc hat Flash. LeBlanc ist tot. LeBlanc hat Flash. LeBlanc ist tot. LeBlanc hat Flash. LeBlanc ist tot. LeBlanc ist tot. Ich gehe mal wieder Base. LeBlanc ist tot. Was macht Nexen? Warum greifte ich denn nicht die Minions an der Doloriste hier? Tjo. Da muss ich ihn fragen. Du meinst so, wie ich auch den Trash fragen soll? Genau. Hier ist sehr juicy Farm unten. Ja, ich bin unterwegs. Oh. Oh, John hat ein bisschen was gefunden, aber nur ein bisschen. Jo, die MF Ult war geil. Alle Ult. Ich hab alle drei Ults bekommen. Ja, aber die MF, da warst du ja schon tot, sozusagen. Nee, du hast noch 200 Damage gemacht. Ja, Wahnsinn. Dafür so eine Ult raus hauen, das ist schon, ne? Lohnt sich schon, kann man sagen. Genau. Ich werd einfach nur zwei Läufen gegangbangt und heal es aber noch. Na, ich glaub ich komm mal wieder zu euch. Ich hab einfach ja gespielen müssen. Nein, hätte ich die Alizaris. Die Alizaris. Wacht hier im FC Vormor? Mach dich. Mach mich nicht. Mach mich nicht. Locker nicht. Doch, mach dich. Nein. Knappe Sache. Komm. Was? Was? Da weiß keiner gesehen, ey. Ich hab nicht weggelaufen. Ich hab nicht weggelaufen. Ich hab nicht weggelaufen, ey. Hättest du so leicht sterben können. Du tust, als ob das easy... Na, jetzt scape nicht, aber ich bin weggelaufen. Ich hab doch mit dem Geber. erfolgen würden ich habe doch meine gleiche doch da wäre so richtig gut gewesen wenn ja wir können ja auch mal durch einen krieg jetzt abholen ja was läuft denn vor der hinweg ist sowieso noch da sind drei leute kommt dann nie wieder aus dem ct-rot wenn die mich immer haben ich komme aber auch mal zu euch hier alleine fühle ich mich so einsam mittlerweile mache ich schaden wie drei leute brauchst du nicht wegrennen kaum traur dich oh shit oh mein gott ich krieg immer die q und das kann doch nicht angehen vor allem ich kann nicht mal zusammenringen habe ich ungerastet wer findet da meine leblanc kann doch nicht angehen also hier f***ing q fangen hä ja nein lass das nicht entkommen ne die krieg ich ach so die kriegste ja geht ihr nur oben rum also irgendwer kriegt sie garantiert ach pufi was machst du denn ich hab den falschen weg genommen geil ich könnte dir den weg abschneiden alles klar gut job skin nein oh nein jetzt sterb ich auch oder auch nicht das ist es das sind die place das sind sie ja der sagt sin und schmier ja die scheiße ist der oder was geht da ne ich wollte hier oben rum zurück und auf einmal war sie wusch das ging jetzt auch und greift mich an wie so eine idiotin das war jetzt bronze chase hoch sieben von uns also alles das war jetzt mal so richtig grottig chasings thomas schwann vor allem erst sie mal im ts und check das ja lustig war es auf jeden fall jo naja das kann man nur checken das war ja wirklich ich alle mann hinterher erst biegt jan falsch ab mann das ist falsch abgebogen scheiße ja hast du gut gemacht denselben plan hatten aber drei gegner auch und er hat campflash aber mich haben sie halt auch zu dritt nicht gekriegt ja ich stehe immer noch besser als der supporter das reicht mir ich bekomme einfach keine grätserde sicht ab eigentlich müssten wir ja warten bis die baron machen wir könnten baron bait machen ich wollte gerade schon sagen wir müssten eigentlich nur warten bis die baron warten die auf mich erstmal die krabbe machen damit sie keinen vorteil und pleite haben so ich bin unterwegs nicht meine krabbe du jetzt mann wir wollten doch bei den warum greifst du den an setz no bait povi baron wie jetzt doch nicht warum brech dann jetzt ab sechs sind scheiße das war ja horror behindert entstand du da schon wieder mit? Nein, lol! Als... Jetzt hab ich auch gefehlt. Ist ja nur so, als ob die mit 200 HP oder so diesen Rotomult überlebt. Wenn die in diesem Ice-Ding ist, dann mach ich mir selber Schaden, wenn ich auch sie caste. Nee, dann ist sie immun und das fällt nach Damage. What the fuck? Ist halt wie ein Sonjas. Mit Damage. Plus Damage, AOE-Damage. Auf der Erde. Als ob wir das jetzt noch verkacken, das gibt's doch gar nicht. Ja, das war aber richtig schlecht. Ich hab auch gefehlt. Aber ich dachte nicht, dass die mich so schnell totkriegen. Ja, ich hab ja nicht gefehlt, sondern das Damage war einfach so insane. Ja, mein ich ja. Gefehlt hab ich auch nicht in dem Sinne. Ich drücke hier in den Flaschen, Protobelt, alle sitzen, die überleben weiter mit 200 HP. Das ist doch echt. Ich hatte ja sogar noch meinen Sonjas ab. Aber da hab ich halt nicht mit gerechnet. Das gibt's ja gar nicht. Verlasst mich in Ruhe! Na, ich komm dir entgegen. Einer sollte mal Toplane hochgehen. Bin gleich bei dir, Jano. Durchhalten. Oh Mann. Hier kommt die Crew. Ja, du machst super viel Damage. Du fühlst dich richtig cool. Ja. Oh nein. Oh, ich bin schon wieder geplatzt. Ich komm reingeschein. Da kann man einfach nix machen. Jano, dreh um. Bitte, bitte, bitte. Sollen wir mich noch kink? Was hat dieser bitte noch gut? Nee, gar nicht. Es war mein Fail, dass ich da wieder reingegangen bin. Schon wieder, Alten! Was ist kaputt hier? Wir haben ja noch alle Ults, Mann. Wir haben gerade alle noch Ults nicht gehabt. So, jetzt sollten wir uns aber echt mal am Riemen reißen. Sonst ist die Kiste gleich erledigt, aber nicht in unsere Richtung, leider. What the fuck macht die einen Schaden, ey? Ey, von wo kam jetzt bitte, guck dir das an. Woher kamen die Talia? Leute, was machen? Die haben doch gefeiftet, ja. Die machen einfach Damage. Ich hab doch gesagt, safe spielen. Hear my calls. Wissen heißt das. Ja, alter Klugscheißer auch noch. Da, die kriegst du. Das haben wir jetzt alle übersehen, Ram. Ich fand das gut. Wie dein vergrateter Flexis von so einer überfahrenen Katze hattest, alter. Ich bin im Moment überfordert. Spielt vernünftig. Ich bin im Moment überfordert. Ich bin im Moment überfordert. Spielt vernünftig. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall Drake oder Baron gehen. Und mal zusammen, vielleicht. Wir sollten mal eben die MF killen, weil die ganz schön gefeiert sind. Ne, wir sollten Baron machen, wenn die da auf der Butlane ist. Dann kommst du auch? Hm? Soll ich Tibas rausholen? Ja, hol ihn raus. Ja, pack ihn mal raus. Cool. Soll ich mal mein Tibas nachmachen? Ich mach mal nicht mehr hier aus der Hause. Hol ihn raus. Wir wollen ihn alle sehen. Aaaaah, mach den Drake weiter! Äh, den Baron! Da ist die MF, Ult, Vorsicht! Jawoll, sag ich doch! Ult! Ja, gut. Wir machen ein bisschen den Z11 schon. Das war die nicht. Ah, egal. Ich will nur überleben. Freund, wie gut ich am Anfang stand und mein Score ist jetzt einfach mittlerweile ruiniert. Oh, sie kommt! Ich krieg keine Kills. Boah, war das knapp. Okay, wir müssen jetzt unbedingt mal Baron buffen. Wir dürfen, bis wir wieder da sind. Die Sunderzeit geht mit Elder Drake. Wann kommt der? Oh mein Gott, wir sind auch schon dran. Fünf Minuten. Okay. Und schon los geht! Ah. Braucht doch gar nicht weggehen. Immer ein Sprung voran! Aber dafür, dass wir so eine verdammte Troll-Botlane haben, haben wir ganz gut gewonnen, ne? Okay. Also die Botlane hat zumindest gewonnen. Im Teamfight sieht sie ein bisschen anders aus. Ja, im Teamfight ist die scheiße MF-Ult. Ja, Canon ist halt einfach supergeil in Teamfights. Das ist aber sowas wie MF-Talier und so. Das ist einfach so ein krasser Counter. Die hauen dir einfach dein Leben runter, bevor du überhaupt Old rücken kannst. Ja. Oh, Achtung, LeBong. Ja, ich weiß. Das ist kein Nö. Oh, der Xen könnte Probleme kriegen. Oder hat sie schon? Der stirbt jetzt erstmal, da gibt es ein Problem. Das war auch noch die Fallschaft. Ja, das weißt du. Ah. Loll! SONJAS! Wie hab ich die denn jetzt gekillt? Ich meine, hab ich gut gemacht, ne? Guckt mal den Plays! Ehrlich, keine Ahnung, wie ich da Damage rausgedrückt hab. Hast du noch irgendwie vorher geholtert oder was? Nee. Okay. Ja, dann war's Lack. Ähm, 880 für Schutzengel. Dann wollen wir mal gucken, ob die mich noch so leicht töten. Jetzt könnt ihr auch mal den Full Tank Cannon ausbauen. Oh, der hat sich die Damage durchgemacht. 1800. Gibt dort 3007? Wie rechnet sich das denn? Boah, die Xen wieder abfuckt. Gut. Well played. Das war well played. Und jetzt. Was willst du damit erreichen, Junge? Nee, ich glaub der meint nicht ernst, dass ich einen Inlet Fullsatz habe. Ja, ja. Das hat er vorher geschrieben. So. Ähm, mein Ohr sagt was anderes. Das war nachdem unser ODR verrückt ist. Nee, nee. Das hat er schon nach dem Teamfight geschrieben. Echt jetzt? Immer noch? Äh, zweimal geschrieben. Ach so. Ja, ich wollte grad schon sagen. Er hat mich zweimal gefragt. Ja gut, dann geht's. Wollte doch grad schon sagen. Ich bin doch nicht doof. Nee, nee. Der hat nicht gefilmt. Es war einfach Inlet Fullsatz, die sich gehört. Ja. Top MF. Auf jeden Fall muss irgendwer versuchen, die MF mal rauszuholen. Und Mitte könnte ich gleich Hilfe gebrauchen. Ich bin auf dem Weg. Ich hab gerade ausgeproscht. Ich hab die MF eventuell. Ich kann mich schon nicht mehr sagen. Ist echt stark. Ja, sonst komm ich einfach auf der Top. Ja, aber glaub ich kann. Das Geile an Kennen ist halt, du brauchst einfach kein Level. Du hattest trotzdem alles. Oder du wirst einfach mal geslawed. Ja, ich hab sie doch. Nein, bitte. Nein, bitte. Bitch. Ich bin bei CNF. Ich bin bei CNF. Ich bin bei CNF. Ich bin bei CNF. Ey, ich hab keinen berühren können. Alle gestorben vorher. Entschuldigung. Lass die Talia Talia sein und pushen mit dir durch. Ja. Ja, da hat ein Versuch. Obwohl sie ihn wird nicht chasen. Er macht's einfach trotzdem. ne ich habe nach dem red geguckt man so schnell der Thor der red ist einfach eklig okay noch mehr Thor LOL er taut mit oh mein ist schon tot ja ja das würde ich sagen etwa 14 Sekunden bis Leblanc wieder kommt wir werden alleine durch die und da können alle weg alle weg ich will nicht durch ne Kiel verrecken dodgen halt da ganz haltbar und ihren Jump willst du auch dodgen oder was ja wirklich weglämmen von ihr na gut jetzt muss ich auch weg Schatte Hilda drag ist in 25 Sekunden, ich geh immer wo ja ich geb Base und dann komm ich MF ist wieder Mitte also wir können nun auf jeden Fall Hilda gleich machen dürfen nur nicht klauen lassen wir müssen auf die Leblanc auch aufpassen sonst rötzen sie uns alle im Pit weg äh Leblanc, MF, MF, schon klar der Gegner wurde betötet hab zwar kein Assist bekommen aber einfach trotzdem mal das Mainzeichen spammen aber auch dann können wir jetzt eigentlich durch jetzt sollten wir alle Botlane gehen und die Püsse beenden ja, dann los oh, Kevin lebt gefährlich ja super gefährlich Hilfe, 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 Hilfe ich bin nur unterwegs oder wo schnell bin ich ey, der Damage, ne? äh trotzdem das Mainzeichen spammen egal mhm ja gut, da geht jetzt nichts mehr, ne? da ist er, ah wir können Baron machen, wenn ich wieder da muss warte, komm haben wir fast drauf easy yes naja, so easy war das auch nicht, das war einfach off-straight das sah aber gut aus das war genauso wie die mit Andy vorhin ja genau, mit 130 Kaffee zu überleben ist easy man muss sich das einreden, dann stimmt das auch so ist es wenn man sich etwas einreden, dann stimmt es doch nicht klar jo, Baron, schon wieder ach, ist das eine hin und her hier wenn ihr uns diesmal versuchen, den Baron zu stilen, dann holte ich einfach halt vor allem die Runde geht schon 45 Minuten na sag mal du hast schon geguckt, hier sind keine Ruhrzester weil wir sind halt auch so hoch geworden, einfach nicht dabei nicht naja, sie kommen auch im Moment nicht hin also entweder Loi 800 Pun damage mehr sag ich jetzt nicht ja Top lane durch müssen den Millions umhelfen ne, brauchen wir nicht wir gewinnen den Teamfighter und so wenn alle kommen wenn nicht, sieht das nämlich so aus wie jetzt Canon, we need you zu langsam zu langsam zu langsam so ein fucking Schaden get out my lord nein so hau bloß ab irgendwie nein, scheiße ey auch damage, ne das ist abartig das könnte das Game gewesen sein yes ah ne oah, Mitte Gott sei dank no unsere Minions beendet erstmal leider aber das nächste Mal gleich mit in den Teamfighter nicht Minions machen oder sowas das hätte echter Spiel sein können ich? nein, nein unser Canon wir brauchen die Minions aber und ich verstehe auch nicht warum er da rein geht warum der Enhap war offen der Enhap war offen wir hätten den da brauchst du keine Minions den Fight hätten wir ja gewonnen mit 5 gegen 4 äh, 5 gegen 5 diese lutschen Minions die helfen uns sowieso nichts also im richtigen Teamfight wir tanken uns zumindest im Mist wer hat denn noch Baron Buff ha? hatten wir noch Baron Buff ach ja, stimmt ey stimmt wir sind ja die Baron Maker so, die Enhap ist weg hier ja die macht erst mal ein Red boah, Axin dieser Spam Vorsicht kennen ja, ich bedroht ja, danke für den Gangbang Leute ok, alle zurück in der Base ich wollte nur die Minions aufhalten damit die uns nicht plätten aber nur voran dann mit der Aktoff die kommen auch genau in dem Moment hier ja, aber botlane ist auch so viel boah ja, da war ich immer noch ok wir sind flamet jetzt weil er selber zu drauf war ja, siehste oh leih boah, muss ich auch mal flashen shit nein M11 boah, sh**te war das Bleckschild schade ooo ja, takeschön gegen alle haha die haben mich dafür Verantworten ich hoffe, dass er gerade eingegangen ist jah ja ja mehr war doch leider nicht so re es ist doch nicht vorbei also außer dass ich da rücke habe es vorbei leider schon naja aber ich hoffe das game hat euch trotzdem ein wenig gefallen und wenn ja schaut mal wieder rein in diesem sinne bis bald euer ram